Hallo ihr Lieben, das ist einmal Ferdi. Den hat Lulu, den darfst du aus dem Kindergarten mal mitnehmen. Das geht reihum, glaube ich. Jedes Kind darf den einmal mitnehmen. Und du hast ihn jetzt heute am Wochenende. Und heute machen wir eine kleine Ferdi-Luisa-Tanz-Challenge. Tanz? Ich dachte singen. Sing und tanzen. Ich dachte, Lulu singt. Ihr habt das ja vielleicht schon gesehen mit Max Giesinger. Da hat Lulu ja schon so fein gesungen und da haben wir uns gedacht, Gestern sind wir nämlich mit dem Auto gefahren und da hat Lulu bei jedem Lied einfach mitgesungen. Und da haben wir gesagt, wir machen eine kleine Lulu-Singt-Challenge. Ich werde jetzt gleich einfach irgendwelche Lieder anmachen und dann wollen wir mal gucken, ob Lulu die mitsingen kann oder nicht. Du trägst dein Herz auf deinen Lippen. Du reißt feste Grenzen ein. Du bist bereit, alles zu kippen. Soll es so nicht sein. Du machst aus Ultrafaden ausgetretenen Faden. Tante Emmas wundervollen Fantasienladen. Du kommst nie gerufen. Trittst auf den Plan, den es nicht gibt. Wie ein Bild, das Götter schufen. Dich hat der Himmel geschickt. Dich hat der Himmel geschickt. Und weil ich an dir teilhabe. Und nimm mal an die Schenke. Bist du bereit? Ja. Geht weiter. Du kannst auch tanzen dazu. Du kannst auch tanzen dazu, wenn du willst. Wachst du bereit? Ja. Time to go back, time to go back to summer Hey! I knew you already, I ain't your mama I knew you already, I ain't your mama I ain't your mama Oh, I ain't your mama We can get your light together, I ain't your mama Bereits? Jo, ich bin gespannt ob du das auch kannst. Ja, kannst du das? Da bin ich jetzt gespannt. Hm? Lieb so nicht. Es gibt genug freien Seiten, für immer bunste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben. Wir fliegen gleich denn wir leben hoch. Wir singen alles vom K.O. Wir brechen auf, was sie leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns bleibt das so. Das ist ja unglaublich. Sie hat nichts gewusst, ich mach ihr einfach die Lieder an. Und sie singt eins nach dem anderen. Ain't your mama wusste sie natürlich, also das wollte sie. Aber der Rest, sie kann das einfach so. Ist es so weit? Ja. Ich glaube das kannst du. Kann sein. Du kannst ja sogar wienerisch. Das kann sie auch wieder. Das ist ganz schön schnell und englisch. Das ist ein bisschen schwer, ne? Aber kann sie trotzdem. Kann sie trotzdem. Klasse Lulu, das ist... Ich hab die Challenge, glaube ich, ganz klar verloren. Lulu hat sein Haus hoch gewonnen. Wie woanders. Wir können gar nicht schüss sagen. Lulu singt immer noch mit. Lauter. Ja, lauter. Wir wollten noch grad schüss sagen. Warte, machen wir gleich lauter. Komm her. Wir sagen einmal tschüss. Sie will nämlich weiter singen. Also ganz klar, Lulu hat die Challenge gewonnen. Papa hat verloren. Ja, macht ja nichts, ne? Wer verloren hat, der muss eine ganze Flasche stilles Wasser trinken. Ja, das mache ich gleich. Wie auf dem Video, der eine ganze Flasche Bier getrunken hat. Wer war das denn? Das war so ein Mann, der hat eine ganze Flasche Bier getrunken. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie das bei uns im Auto abgeht. Die Lulu singt nämlich jedes Lied mit. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss. 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 Tschüss.